Oh, wie cool ist das denn? Das ist Frogger. Jetzt mit dem Frosch. Oh nein. Boah, was ist das für ein Kack? Das bewegt sich ja. Hallöchen, die Unfähigen. Und willkommen zu einer Runde Mario Party auf der Map Finsterwald. Wir spielen auf ctoxion.de Keine Ahnung, die IP findet ihr unter der Beschreibung. Mit dabei ist der Palu, ist da unbeziehungsweise persönlich. Gucken, wie es das wird. Und unter anderem auch Miri. Hallo. Oh Mann, dass ihr das werden. Habe ich schon gewonnen? Ist schon zu Ende? Wir sind lauter Mario. Ich spiele im F5. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. F5-Modus? Ich bin im Minispiele, um einen besseren Würfel zu halten. Ich muss stoppen, den Würfel mit links. Ich muss links. Ah, eine 3. F5-Modus. Oh Mann, das war eine Föhn. Ernsthaft? War das scheiße? Und was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie in das Spiel gespielt. Ich habe noch nie in das Spiel gespielt. Ja, ich auch nicht. Ja, und du? Ja, siehst du, die Felder, die du gewürfelt hast, nach vorne, Mann. Oh ja, oh jetzt, so. Wow. Autsch. Oh, ich habe gewonnen. Hallo. Hallo Miri. Wie, seid ihr? Gut, dass man hier irgendwie auch richtig viel sieht. Und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt kommt Miri. Pferderennen erreicht das? Oh, da bin ich richtig cool. Oh, super. Woher geht's? Wo muss ich hin? Wo ist mein Pferd? Dahinter. Warum wird man in so eine falsche Richtung gerät? Ein Lückes Zander nicht dabei. Warum? Kannst du dich hier in den Ding? Ne, nicht so sicher. Nein. Ich bin auch ins Wasser geladen. Man darf nicht ins Wasser? Ich bin erger. Gut, du wirst, dass man dich ins Wasser darf. Ja, ich bin einfach hinterher. Ich dachte, Kathi weiß der nicht. Wer wird die denn? Der hat die Fork teleportieren. Wo bin ich denn? Das ist doch hier Mario Kart. Ist das doch, oder nicht? Einer reitet falsch rum. Da reitet einer in die falsche Richtung. Wo steht denn mein Platz? Ich war erster. Wo steht denn mein Platz? Wo steht denn das? Da du nicht vor mir bist, bist du letzter. Es ist ein Ruckel. Was ist passiert? Bin ich schon wieder ins Wasser gelaufen? Ich bin Runde 2 von 2 und das steht nicht meine Position. Warum denn 2 Runden? Ich war erster. Das ist voll unfair. Du bist voll die Heususe. Ich war erster. Nein, jetzt hat sich einer vor uns teleportiert und dann, keine Ahnung. Naja, wein ruhig noch ein bisschen lauter. Warum hängt sie jetzt? Ja, toll. Ich hatte gerade mega läuft. Ich war im Wasser gelandet. So eine Kacke. Super. Mein Pferd will nicht springen. Mein Pferd ist kaputt. Ich mag kein Wasser. Warte, kann das überhaupt springen? Ich wusste gar nicht, dass Pferde, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen... Ja, geil. Hä, wo ist mein Pferd denn? Toll, ich bin Vierter. Toll, ich bin Hundertster. Böde spielt. Na. So kack. Nur wegen Black. Ich habe eine 6 gewürfelt. Nein, ich habe eine 4 gewürfelt. Ich war auch Erster, so. Ja, ich war auch Erster. Ich war auch Erdner. Ja, ja, ihr Lieben. Ich war Erdner. Ich bin ein Hellboy. Nie, ich war nur in mir und mich. Oh, ich werde Vier. Ich bin Zweiter. Autsch. Sind immer noch so viele Leute um mich. Oh, nur einer. Du schon wieder. Nur Aronta. Hallo Aronta. Ich bin Zweiter. Warum sehe ich das denn? Äh, wenn du auf den... Ah, da hinten ist Gerti. Hallo, hallo. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Mini Survival Games. Aha. Und wie geht das? Äh, Kisten rechtsklicken, weißt du? Items einsammeln, so wie Lucky es geht. Und dann? Und dann sterben? Ja. Okay. Kann ich. Was habe ich denn hier für eine Potion gekriegt? Splash Potion? Er hat keine Kisten. Ja doch, die sind so komisch versteckt. Und die muss man nur rechtsklicken und dann hat man sie. Alter, selber... Oh, hallo, hallo. Oh, scheiße, ich bin so tot. Ich werde schon verfolgt, super. Ja, nicht nur du. Solle Armonien! Solle Kacke und ich bin schon tot! Ja, ich auch. Das war doch... Das soll ich zum Aushalten. Also ich leb noch. Hallo, Miri, hallo. Hallo. Du bist denn der Unfähige? Hallo, 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 hallo. Bleib stehen frei, du schnappst auch noch. Kein blödes Spiel. Ich schnapp sie mir alle. Pokémon! Nein, komm und schnapp sie dir, Pokémon! Was early denn? Die gehen zu zweit auf mich! Zwei gegen eins, verpisst euch! Kati, lebst du auch noch? Ja, auch nicht mehr lang, ne? Wie sie alle da unten in der Mitte war beim Kreisrennen. Geh weg! Sind gut auch. Oh, um zu gewinnen begeben sich zum Leuchtfeuer. ja da in der mitte in der mitte und er hat gewonnen wie doch nicht wo ist early denn ach der ist ja beim leuchtfeuer ich habe ich gewonnen ich stand mehr an der mitte die stadt näher dran ja ich habe eine fünf gewürfelt und ist nah dran noch 30 felder bis zum ziel bei euch noch 26 felder gewesen verdient da hat er deine acht jahr gar nichts gebracht was das jetzt ampel rennen und nein wo stehen bleiben wenn ihr aber ja wenn ich gespielt hurra sie rot sie grün wie sie jetzt pink gelb hallo ich bin der da nie nein ich bin wo eigen nein nein Nein! Ich schaff das! Yeah! Nein! Nein! Was? Was? Kacke! Der war gar nicht zu sehen! Das gibt's nicht! Ich habe eine 5 gewürfelt, oder? Ich habe einen 2. Würfel, ne? Los! Ich habe einen 2. Würfel! Wieso habe ich keinen 2. Würfel? Doch jetzt! Und eine 4! Ihr habt eine 9 gewürfelt! Ja, dann kann man nochmal arbeiten! Wow! Blödes Spiel! Ähm... Hui! Ich bin auf einem blauen Feld! Was machen die blauen Felder? Bonusfeld! Oh, wie schön! Und jetzt 3 Felder wieder zurück! Na toll! Bip, 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 bip! Okay, was ist das? Was ist das? Jumpernruhn! Ja, hurra! In welche Richtung? Ja, wo geht's lang? Keine Ahnung! Oh, wie cool ist das denn?! Das ist Frogger! Jetzt mit dem, mit dem Frosch! Oh nein! Boah, was ist das für ein Kack! Das bewegt sich ja! Ich komm nicht mal auf das erste drauf! Kann man aufhören, diese scheiß Bretter sich zu bewegen? Boah! Boah! Das ist ein Kack! Was ist denn das? Ich bin kurz vor dem Ziel! Das gibt's nicht! Kann nicht sein! Nein! Nein! Das ist überhaupt gar nicht meins! Wie viel man hier rein springen muss! Nein! Nein! Ich hab mein ganzes Spring! Eine Scheiße! Wer findet denn sowas?! Bin ich jetzt wieder ganz vorne? Ja! 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 So eine Scheiße! Ernsthaft! Wie kann man das denn gewinnen? Das ist jetzt doch... Alter! Ernsthaft! Das ist ein Scheißspiel! Eine 3! Wir haben eine 3 gewürfelt! Wow! Wie weit die Blöcke nach Early waren, ja? 40 und 70! Ernsthaft! Ich hab ne 8! Halt die Schnauze! Interessiert keinen! Auf mich kommt doch ein Bowser-Felder! Tschüss! Ja genau! Und? Ui! Ja! Hier sind aber viele Leute! Hallo Miri! Oh hallo! Wieso ist Miri genauso weit wie Early, obwohl Early immer die Spiele gewinnt? Hä? Ich komme auf ein Bonusfeld, werde ein Feld zurück, äh da vorne geschleuert, komme dann auf den Bowser-Felder und drei Felder zurück! Ja, war mal vorne auch so! Ja, das Spiel ist toll! Da fehlt aber die Musik! Zzzzzzzzzzzz! Zzzzzzzzzzzzzzz! Zzzzzzzzzz! Zzzzzzzzzzzzzzzzz! Zzzzzzzzzzzzz! Ah! Die Farbe, die kenne ich nicht! Was ist das? Pink? Gelb! Ja, super! Aber einige haben das anscheinend noch nicht erkannt! Lila-Grün lackiert ist das Hallo, Balui Hallo, Ali, hallo Unfähig Nein, du bist unfähig Geschafft, Miri? Oh, das Unterfeld, oh Mann Oh nein, 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 weg Wer geht denn, steht da auf mir Hallo, Miri, hallo, hier Hallo Hallo, Schatzi, hallo Oh, ich stand schon drauf Puh, das ist aber relativ schnell, schnell Nein, nein, keine Chance Zu weit entfernt gewesen Das war unfair Oh, heil doch Aaron, der ist gut Ja, yes Wer ist der Meister, wer ist der Meister Wer ist nicht so farbenblind wie ihr Ich, ja, ich Es gab keine Mürfelschein Ich Ah, ne 5 gewürfelte Dafür bin ich immer noch mit, ganz vorne Ah, mit Miri zusammen, die vor allem noch kein Spiel gewonnen hat, trotzdem soweit vorne Ja, ich bin voll gut Im Würfeln Ich hab ne 11 gewürfelt Da müsst ihr erstmal drankommen, meine Freunde Noch vier Felder bis zum Ziel Und bei euch Was, nur schon wieder Wieso nur noch vier Wo bist du denn ganz Ja, vorne, weißt du Es gibt halt gute Leute Und es gibt gute Leute Sei ruhig da TNT Run Versuch so lange wie möglich Auf der Plattform zu stehen Oh nein Das Spiel Ja, wir haben eindeutig zu viel Mindplex gespielt Da lernt man sowas Und los geht's Diep, 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 diep Ah, das ist das Ja Das ist ein Glückwunsch Und das misst er bei Louis Ich schnall mir jetzt Emma den Weg aus Nein Schieß bei Louis Nein Geh weg Oh Gott Lebt er die noch? Ja, ich bin hinter die Wir sind die letzten beiden, Manuel Oh, oh, das wird jetzt aber Das ist aber eng Nee, was? Oh Gott Nein Nein Ja Ja Halt, wer lebt denn noch? Ach, da lebt nur einer Oh, daneben geschwungen So knapp Und tschüss, Early Tschüss Nein Aber ich bin zweiter Hallo, ich rote weh Ah, nur Ha Ha Vergiss es, Junge Ach, Miri hat genauso viel Auch ne 5 gewirrt Ja Ich fühl mich vervoll Könnt ihr mal aufhören Immer Hallo, das ist meine Freundin Early Könnt ihr mal aufhören damit Danke Nein, ne 3 Ne 6 Oh, ich hab ne 4 Oh, ihr könnt nicht auf einem Feld zusammen sein Und ne 2 Oh, ja, nein Und ne 3 Ich hab ne 6 Und ne 6 Und ne 2 Und ich hab 8 Und ich müsste theoretisch gewonnen haben Pass auf, pass auf Jetzt, 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 jetzt Null Felder hab ich zum Ziel Und wer hat gewonnen Ich bin drin im Ziel Yeah Nein, da ist noch einer Nein, da sind noch ganz Wer hat gewonnen Ich hab gewonnen Guckt Yes Yes Ja Tschaka Pau Pau Guckt euch an Wer ist der Meister? Ballou ist der Meister Yes Und Early ist unfähig Und Miri und Kati auch Hahaha Gewonnen Gewonnen Hihihihihi Ja Luis Peter Und unfähig Peter hat was gecheatet Jawoll So, ihr Lieben, aber das war's In der heutigen Folge Über Mario Party Ja, mit dem Glocken und Ratten Und sich mega darüber freut Weil es nicht meine Idee war Das Spiel zu spielen Aber Yes Hahaha Hau da rein Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 T